Hey Leute, in diesem Video fährst du mal, wie man eigentlich so einen Geschirrspüler ausbauen und somit natürlich auch die Spülmaschine richtig demontieren kann. Wenn du Bock da fährst, dann bleib auf jeden Fall dran. Meine Schwiegereltern haben sich einen neuen Geschirrspüler zugelegt und bevor wir diesen in einem extra Video einmal richtig anschließen können, müssen wir natürlich den alten erst einmal sicher entfernen. Das Ganze funktioniert natürlich bei anderen Herstellern relativ ähnlich und wenn du hier vorne so eine Frontplatte bzw. Blende dran hast, dann habe ich da natürlich auch ein extra Video, wie man diese ganz am Ende noch zusätzlich demontieren kann. Ich beginne jetzt damit, dass wir erst einmal den Wasser- und Abwasseranschluss von der Spülmaschine lösen und hierfür müssen wir einfach mal unterhalb unserer Spüle schauen, denn da befinden sich normalerweise auch die entsprechenden Anschlüsse. Gerne übrigens auch eine einfache Schüssel und ein altes Handtuch darunter legen, da sich in so einem Schlauch auch noch etwas Restwasser befinden kann. Der Wasseranschluss sollte normalerweise extra absperrbar sein. In meinem Fall hängt dieser Aqua-Stop-Schlauch zum Beispiel an einem sogenannten Kombi-Eck-Ventil dran und da müssen wir einfach mal diesen Hebel bzw. das Ventil ganz im Uhrzeigersinn zudrehen, dass natürlich da auch später kein Wasser mehr rauskommen kann. Als nächstes können wir auch schon diese Überwurfmutter hier oben einmal gegen den Uhrzeigersinn lösen. Hierbei wird das Gewinde übrigens von unten angeschaut. Wenn ich es von oben anschaue, dann ist es natürlich im Uhrzeigersinn. Und normalerweise benötigen wir auch keine Zange dafür, da ich jetzt schaue, dass ich nicht nur die Überwurfmutter hier oben löse, sondern gleichzeitig das Ganze hier unten auch noch etwas weiter drehe und somit einen besseren Hebel habe. Bedeutet, ich halte einfach mal beides fest, schaue, dass ich es auch schon etwas drehen kann und dann kann ich danach einfach per Hand hier oben, nämlich diese Überwurfmutter, ganz einfach weiter abdrehen. Am Ende gerne schauen, dass wir den Schlauch zügig in unsere Schüssel hineinbringen, dass ich hier einfach noch etwas Restwasser drin befinden kann. Beim Abwasseranschluss kann man normalerweise nichts absperren und da wird dieser Schlauch einfach auf den entsprechenden Anschluss bei unserem Siphon draufgesteckt und mit so einer Schlauchschelle hier gesichert. Wenn man gut hinkommt, kann man diese jetzt auch gleich mit einem entsprechenden Schraubendreher einmal lösen. In meinem Fall zeigt das Ganze aber nach hinten, was etwas blöd ist, weswegen ich mal diese Überwurfmutter hier noch gegen den Uhrzeigersinn etwas lösen muss. Und dann kann ich mir entweder den Schlauch hier oben schon etwas hindrehen oder ich löse es einfach so weit, dass ich den Anschluss einmal runternehme und natürlich dann auch diese Schlauchschelle öffnen kann. Bei mir kommt man so schlecht hin, weswegen ich das Ganze doch einmal ganz abgedreht habe und danach natürlich auch wieder in meine Schüssel hineingebe. Den Anschluss kann ich hier draußen natürlich viel leichter abnehmen und bitte dabei darauf achten, dass wir unsere Gummidichtung, die wo hier unten reinkommt, jetzt nicht verlieren, da die natürlich später unbedingt wieder ran muss. Danach können wir das Ganze eigentlich auch einmal schon entfernen, gerne noch etwas runterhalten, um da auch das restliche Wasser rauszubekommen und da der Abwasserschlauch aber jetzt am Boden zur Spülmaschine hinführt und sich da relativ sicher noch Restwasser drin befindet, würde ich jetzt einfach mal aus zum Beispiel einfachem Küchenpapier oder zum Beispiel Klopapier hier so einen Stopfen machen und das Ganze hier vorne reingeben, dass das Wasser danach nicht alles auch unten in die Küche reinlaufen kann. Als nächstes können wir natürlich auch noch den Stecker ziehen. In meinem Fall ist das relativ einfach, da sich hier eine Steckdose befindet und das auch der entsprechende Stecker ist. Es kann aber auch sein, dass sich zum Beispiel der Stromanschluss bei dir unter der Spülmaschine befindet und da wir diese Sockelleiste eh entfernen müssen, können wir das auch schon mal machen. Die sind entweder geschraubt oder meistens auch einfach nur noch gesteckt, weswegen ich diese dann auch schon ganz leicht rausnehmen kann und natürlich hier unten mal den Stecker entfernen müsste. Alle Anschlüsse sind ab, weswegen wir unseren Geschirrspieler auch mal aufmachen können und dieser muss jetzt irgendwo noch mit der Küche verschraubt sein, da es sonst natürlich einfach nach vorne rauskippen würde. Normalerweise sind entweder hier außen zwei beziehungsweise eine Schraube. Kann auch sein, dass zum Beispiel unter so einer Kappe sich das Ganze befindet oder wie in meinem Fall wird einfach der Geschirrspieler hier oben mit zwei Schrauben an der Arbeitsplatte befestigt. Und diese Schrauben löse ich jetzt natürlich mal. Hier bei der Maschine übrigens gerne schon etwas festhalten, nicht dass sie jetzt schon leicht nach vorne rauskippt und dann geht es einfach mal darum, dass wir den Geschirrspieler noch circa zwei Zentimeter nach unten setzen sollten, da wir ihn jetzt natürlich nicht einfach rausschieben können, da er oben an der Arbeitsplatte ansteht. Deswegen die Füße hier unten einfach mal circa zwei Zentimeter weiter nach unten setzen. Je nach Modell können wir diese Füße hier unten jetzt entweder mit einem einfachen Gabelschlüsseler mal weiter nach oben reindrehen oder wir benötigen zum Beispiel auch einen einfachen flachen Schraubendreher, mit dem ich hier außen in diese kleinen Einkerbungen reingehen kann und das Ganze natürlich auch dementsprechend drehe. Die hinteren Füße sind ja normalerweise etwas schwerer erreichbar. Bei meinem Modell habe ich den Vorurteil, dass ich nicht hinterkriechen muss, sondern hier vorne noch eine spezielle Schraube habe, wo auch steht, wenn ich das Ganze einmal im Uhrzeigersinn reindrehe, dann geht der Geschirrspieler auch hinten weiter nach unten. Natürlich kann man die Maschine auch vorne leicht anheben, dass man es einfach per Hand hineinschrauben kann. Alles ist vorbereitet. Ich habe mir auch mal noch etwas Karton auf den Boden gelegt, dass wir diesen jetzt natürlich auch nicht zerkratzen. Nun geht es einfach mal darum, dass wir die Maschine schon etwas öffnen und am besten einmal hier vorne jetzt leicht nach oben heben, dass wir natürlich auch den Fußboden hier unten nicht beschädigen können. Das kann man natürlich auch mit einer zweiten Person machen. Das bedeutet, ich schreibe einfach mal, dass ich sie vorne etwas anhebe und weiter nach vorne Stück für Stück rausziehe. Auch müssen wir natürlich darauf achten, dass unsere Anschlüsse hier unten nicht irgendwo verkeilen und diese regelmäßig nachziehen. Falls bei deinem neuen Gerät am Ende hier oben ein anderes Schutzblech hin muss, dass natürlich die Arbeitsplatte auch nicht aufquillen kann, dann könnten wir dieses jetzt auch noch entfernen. In meinem Fall ist das aber nicht nötig, weswegen wir unseren Geschirrspieler auch schon richtig ausgebaut haben. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens auch einen Akkuschrauber, einen neuen Geschirrspiel oder natürlich auch Zubehör, wie zum Beispiel einen Schlauch oder eine Verlängerung zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken. Du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.